Wir stehen für eine genussvolle und gesunde Ernährung mit Fleisch. Willkommen auf Ajaja, meiner Insel. Höchste Qualitätsansprüche und das Ziel, sich immer wieder aufs Neue als Innovationsführer zu behaupten, leiten die Unternehmensgruppe. Grässliche Bedingungen für Mensch, dann Tier, Oinkonomie. Es gilt dem einzelnen Schwein, solange wie möglich, ein Schauspiel zu bieten, das seine Neugierde, aber nicht seine Angst weckt. Rosa! Das Schwein hat einen schlechten Ruf, zu Unrecht, denn wir sind sehr aufgeweckt. Ah, ich liebe Schweine. 270 Teile ergibt ein jeder von euch. Das Skandal, in Gütersloh, Schlachtereien der Firma Tönn, die sagt, bla 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 bla. Ich freue mich, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen. Es ist mir eine Ehre. Ich fühle mich privilegiert, im besonderen Maß in die Lage versetzt, hervorgehoben, hocherfreut, beschenkt gar. Ich bin, wie sagen Menschen das, tierisch glücklich. Ich bin, wie sagen Menschen das, tierisch glücklich. Vielen Dank.